2010 war ich mit meinem Seekajak an der Ostsee unterwegs und habe zwei Kilometer vor der Küste einen gekenterten Segler gesehen, bin zu dem hingefahren, habe versucht ihm zu helfen, das ging aber leider nicht. Er selber war dann irgendwann so geschwächt, dass ich nur noch an meinem Seekajak festhalten konnte und irgendwann sind dann Gott sei Dank die Seenotretter gekommen und haben den Mann rausgezogen und das war Rettung in letzter Minute. Das war mein erster direkter Kontakt mit den Seenotrettern und von dem Moment an war mir auch klar, ich möchte irgendwie im Kontakt mit den Seenotrettern bleiben, wenn das irgendwie möglich ist, weil ich habe mich denen wirklich super verbunden gefühlt, die haben ein bisschen auch an dem Tag mir mein Leben gerettet. Gott sei Dank ist das jetzt seit fünf Jahren so, dass ich für die Seenotretter immer mal wieder in Aktion trete. Hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, als letztes Jahr die Anfrage an mich ging, ob ich nicht Lust hätte Botschafter mit Doppel-O geschrieben, für die Seenotretter zu werden. Ich bin ja auch ein großer Junge, also die Technik von den Seenotrettern ist schon sehr beeindruckend. Also das Tochterboot hat unheimliche Power, kann sich wahnsinnig in die Kurve legen. Es ist also erstaunlich, man fand fast das Gefühl, als wenn man mit Motorrad unterwegs wäre. Ich durfte selber das Schiff ein bisschen steuern. Sehr schwierig, das auf Kurs zu halten. Hat viel mit Kraft auch zu tun, Kraft und Geschicklichkeit. Sehr beeindruckend. Also ich bin vorhin selber mal ins Wasser gesprungen. Heute waren es glaube ich so sechs, sieben Grad. Schon ein bisschen unangenehm. Hat aber einen Trockenanzug an natürlich. Und was sehr befremdlich war, sage ich mal, war der Moment, wo die Sicherheitsweste aufgegangen ist und man eigentlich so total unbeweglich war und sich wirklich in dem Moment komplett der Natur hier ausgeliefert gefühlt hat. Und Gott sei Dank wusste ich natürlich, dass die Seenotretter da sind, die mich auch innerhalb von auch kürzester Zeit dann wieder an Bord gehievt haben. Was auch wirklich ein toller Job war, den die da gemacht haben, weil das gar nicht einfach ist. Wenn man hin und her schwingt, wenn das Boot von rechts nach links getrieben wird. Da so schnell und so präzise zu arbeiten, das ist schon wirklich wundernswert, das zu sehen. Ich wusste nicht, dass die Seenotretter allein sich durch Spenden finanzieren und mich einfach nochmal gerne darauf hinweisen, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, dass es daraus eine Öffentlichkeit gibt, die das auch weiß, dass das keine staatliche Gesellschaft ist, die sich durch Steuern oder sowas finanziert, sondern die sind wirklich auf Spenden angewiesen. Ich hoffe natürlich ganz doll, dass ich mit meinem Einsatz an Land, also einfach für mehr Öffentlichkeit für die Seenotretter sorgen kann. Das ist der richtige Verein, für den man spenden sollte.